Lüttel 6 zu 3, Füße rein. Löhtermund. Karlstadt. Löhtal. Und was für ein Tor, um Gottes Willen, was ist mit dem Michael Ruppmann los? So ein Tor zwischen den Beinen hindurch, 4 zu 6. Zwischen den Beinen von Ruppmann hindurch, gegen dieser gar nicht scharfe Schuss. Schauen Sie sich das doch einmal an. Hier, der Schuss, gar nicht richtig getroffen, die Scheibe rutscht zwischen den Beinen von Ruppmann hindurch. Ein entsetzliches Tor, das wir hier innen rücken. Ganz langsam, ein bisschen spät die Reaktion. Und was für ein Tor wie ein Tor. Das wird der Schuss, der Schuss hier innen rückt. Und was für ein Tor von Ruppmann der Interesse der Registration. Und was die Empowerく должен sein. Einsam겠다! Interessante支持 mitű Tescher